Bischof Manfred Scheuer, darf ich Sie fragen, was Sie dem neuen Bischof wünschen? Ich wünsche mir vor allem, dass er gut ankommt in Oberösterreich, dass er von allen gut aufgenommen wird, dass es ihm gut geht in seiner Heimat, dass er die richtigen Worte findet für uns alle und dass er einfach eine angenehme Zeit verbringt und dass er Haibach nicht vergisst. Und was führt Sie hierher? Der Musikverein Haibach und wir spielen für den Bischof und darum bin ich heute auch da. Danke!